und es begrüßt euch wieder der gusua und er ist wieder in einem angriff und der sieht echt vielversprechend aus und ich quatsche jetzt dieses mal nicht so extrem lange sondern will halt wirklich gleich gucken was hier geht hier gleich mal den bogeyturm und die kanone ausschalten ja sehr gut das gefällt mir gut da ist das schön und dann hier nie noch hier noch nicht weil hier noch der flächenschaden ist ja das ist nicht weiter wild hier das macht sich echt gut ich überlege ob ich vielleicht dann die schweine sogar noch so verwende dass ich halt echt noch sogar noch ein heal spell mitnehmen für die schweinchen gucke ich will ich noch jetzt noch nicht sagen ob das so klappt oder nicht oder wie auch immer das wäre auf jeden fall eine ziemlich geile nummer ja da geht es schön rein na ich will den rest noch nicht für die skelette würde ich das jetzt nicht raushauen so aber das war schon mal gut gekleert finde ich dass das läuft wir haben keinen wir brauchen keinen ärger haben mit mal gucken wir mal na da sind wir mal geben wir kein risiko ein auf jeden fall ja das hätte auch nicht geklappt aber ansonsten läuft das hier super geil da ist das blödsinn du Junge Junge was machst du da so hier wird jetzt schön townhall rasiert auf jeden fall mal gucken da noch ein vielleicht ja was so könnten wir noch das alles ein bisschen boogie türmen übersät das ist nicht so cool so cool ja genau komm sorry dann geht mal bitte da rein in diesem bereich naja dann geh doch dahin dann mach aber auch kaputt so den expo noch weg und vielleicht dass die sich das halt aussuchen könnte sag ich mal wo sie hin rennt zack da haben wir auch noch aufgemacht aber die queen ist da ja so eine kleine eigenwillige auf jeden fall mal gucken was wir in der cb haben hier oh sehr geil sehr 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 geil dann kann ich hier noch mit minions schön hinterher clear das läuft auf jeden fall weil dann kann die sich nämlich dann muss die sich nicht so krass damit beschäftigen hier was draußen noch gekleert wird sondern kann dann wirklich schön drin eskalieren jetzt würde ich mal fast sagen hier die riesen noch ein bisschen ragen in verbindung mit der queen dass die halt schneller durch die durch die mauern kommen oh ja oh yeah schön nächstes gold lager gesnackt auf jeden fall ja so wollen wir das doch haben klar jetzt natürlich wieder ihr seht es gerade selber jetzt gehen die heiler halt wieder auf die riesen und man sitzt da ja was ist denn jetzt mit der queen wenn was was passiert dann ist das natürlich nicht so lustig hier kommen noch mal ein rage rein wir haben es doch da passiert auch nichts weil die dev halt so viel aus abkönnen sage ich mal dev mäßig und wir sind schon wieder bei bald 80 prozent ich meine das ist natürlich echt schon ganz 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 nett ja das ist schon was ganz anderes echt leute war nun kein three star aber das war schon echt eine coole nummer hier damit bin ich echt richtig richtig zufrieden ich hatte guten luft toll sehr sehr gut also da klar ich will jetzt nicht so hier guck mal ich bin der beste aber ihr habt es ja zuvor bei dem video gesehen was am montag kam mit loot gegen pokis und das läuft hier achso ne hier auf keinen fall eine anfrage machen das wollen wir ja nicht das da bin ich jetzt echt sehr zufrieden ich guck mal gerade noch was ich hier noch am machen habe hier genau dann jetzt noch schön mauerbrecherchen und wieder ein paar boogies so dann wieder fünf na ich mach mal sechs und fünf lakain klar kostet natürlich vom dunklen auch wieder einiges also kommt man nicht so schnell weiter aber wenn der bonus dann natürlich auch stimmt dann läuft das so jetzt gucken wir mal ob die anderen auch so viel glück hatten wie ich wir hatten hier einen three star auf ja okay klar ich meine das sollte so was sollte laufen klar zack golems rein und jetzt schon die nächsten würde ich sagen die nächsten truppen gleich hinterher genau ganz genau ist schon fast was op hier das ist schon fast was op ich würde mal sagen da bleibt einiges über oder luka dachte sich auch ja wenn ich meine wenn ich schon mal da bin dann kann ich auch mal richtig hallo sagen auf jeden fall ja ja hier golem mäßig ist da noch richtig was zu ja klar schade dass die magier hier jetzt schon aber ich meine gedroppt waren sie eh von daher passt das naja das ist eine locker nummer würde ich sagen auf jeden fall zack zack und dann halt noch hier die bauhütten und dann war es das wie sie schön laufen ja ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller da sieht man wirklich wieder alles schön gleich schnell weil es gibt ja wirklich unterschiedliche truppengeschwindigkeiten das sieht man dann bei sowas ziemlich gut war mal eine woche neon gleich mal ja läuft aber klar als verteidigung halt ja wie gesagt mir geht es ja auch so ich bin jetzt nur nicht eine woche nicht on aber ja ich stehe da und wie gesagt ich komme ja halt bei dem zweite count halt momentan echt nicht dazu und da habe ich halt eben wirklich aus dem clan nova gefragt ey wie sieht es denn aus und da spielt der denn jetzt halt also das tut mir auch gar nicht weh und das muss ich auch nicht irgendwie verheimlichen so oh ja es spielt mal jemand anderem mit dem account also ist jetzt zwar das erste mal so aber da wie gesagt ich bin da immer so klar ich sag mal gewisse Sachen was man halt eben nicht nicht erzählen will oder was weiß ich wenn irgendwas privates oder sowas ist das ist ja eine sache aber da jetzt zum beispiel groß gewesen drum zu machen und zu sagen oh nein ich spiele diesen account ausschließlich alleine oder sowas wie gesagt ich bin da wirklich der meinung wenn ich mir von anfang an halt sage ey passt auf man sagt die wahrheit dann gibt es da nichts dieses oh naja aber du hast doch gesagt und wie auch immer das muss ich mir gar nicht antun einfach safe und bei der wahrheit bleiben und fertig kann man so eine Sachen oh jetzt wird es hier äh Pekka Grillzeit angesetzt auf jeden Fall na da hast du ja sogar noch 219.000 behalten ne also dem hast du natürlich eine ordentliche Freude bereitet würde ich sagen auf jeden Fall ja genau nice raid vom Gegner ganz genau endlich mal wieder wieder was ja auch auf jeden Fall also wie gesagt hier jetzt auch nochmal kurz zu den Hox ich hab die ja echt so ein bisschen abgeschrieben und oh nee nee mit Hox und ich will ja schön meinen Queenwalk machen und so aber so wie es jetzt halt wirklich läuft ist das ich meine klar man haut halt wieder irgendwie dunkles raus aber doch doch also Hox sind nicht zu vernachlässigen auf jeden Fall oder nicht zu ne wisst ihr was ich meine mein Kopf ist schon wieder leer ich hab schon wieder viel zu viel aufgenommen ja die Packers oh schön Heal gedroppt richtig nice das ist auch immer so eine Sache man denkt ja dann immer als Gegner also als Verteidiger oh jetzt dann gehen sie bestimmt gleich alle down und dann kommt der Heal oder das ist so richtig Heal in the face Mist jetzt hielt er seine Truppen hoch weil man damit ja in der normalen Konstellation halt nicht rechnet also sprich du hast halt einen Bogeyturm und weißt der Bogeyturm schafft das und das dann hast du da noch eine Kanone und dann hast du noch einen Minenwerfer dann weißt du ja das und das oh geht alles schön in Flammen auf von den Gegnern ja und dann kommt aber der Heal oder dann kommt der Gegner mit Riesen und Heilern oder halt mit einer Queen und Heilern ho ho nee also Han Solo läuft auf jeden Fall und zwar nicht rückwärts sondern richtig ich liebe deine Videos könntest du mein Dorf besuchen und dann sagen was ich noch machen soll bitte nee mach ich wirklich ich hätte es sonst gemacht aber ich mache es wirklich aus Prinzip nicht weil halt wirklich sonst dass jeder schreibt das ist halt das Problem das ist halt wirklich das Problem und dann werden halt Raids weggeschwemmt oder weggespammt oder wie auch immer ja da den Fehler eventuell gemacht nicht nur eventuell da hast du den Fehler gemacht dass du halt du hättest die Riesen vorsetzen können und dann die Magier hinterher jetzt hast du nämlich schon einen Großteil von deiner äh großen Feuerkraft halt verballert und das ist halt dann ein Problem aber du hast halt die Riesen hier du hast noch schön die Mauerbrecher dass die halt wirklich in die Base reinkommen ja das läuft bei dir du machst das auch nicht zum ersten Mal zack die Magier schön im Rage noch drin gewesen einwandfrei wir haben einen Magier auf Level bam 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 und so weiter und so fort wie so ein Radiosprecher richtig cooles Ding du hast jetzt nochmal Mauerbrecher gesetzt um die Mauerbrecher ja okay du brauchst aber nicht die 100% zu machen das weißt du ja in dem Bereich die hätte ich mir nämlich gespart die Mauerbrecher aber gut okay passt mega geil mega geil geiler Loot auf jeden Fall Gott sei Dank war der inaktiv ach okay ah ja okay den hatte ich aber ich bin der Meinung den hatte ich schon in einem anderen Video gezeigt bin ich oder habe ich den noch nicht gezeigt folgende Sache ne den habe ich ich habe mir angeguckt aber ich konnte noch nicht im Video zeigen glaube ich aber ich bin der Meinung der wurde schon in diese Jagse im Video gezeigt also wenn er jetzt doch nochmal kommen sollte sorry dann war es nicht mit Absicht äh ja folgende Sache er hatte sich halt oben verklickt er wollte den nicht angreifen und findet einfach mal einen inaktiven in Titan 3 und da seht ihr dann auch hier gleich wie wirklich die Queen halt echt am kotzen ist sage ich mal wie das halt doch mal ganz ganz schnell geht dass die halt down gehen kann weil die halt wirklich nur nichts aushält so das Ding ist schon mal safe und jetzt guckt mal Tesla Level 8 und das war dann da schießen nicht 5 Stück oder so sondern nein da geht dann nicht mehr viel so das war es der Golem hat dann noch eine Ewigkeit da rum philosophiert aber das war es dann auch klar wenn da die ganzen Dev-Gebäude da auf ihn raufballern ist dann natürlich ganz ganz schnell Ende hier hat er glaube ich genau die hat er dann hier gemacht anstatt hier hätte er nämlich sogar noch ein bisschen Loot bekommen aber wie gesagt war natürlich super geil dass er sich ähm beim Verklickten dann sogar noch zwei Pokis gönnt das ist natürlich ziemlich geil auf jeden Fall weiter geht's alter nice 600k auch wieder von der Qualität her also wie gesagt von den von den Truppen her halt nicht einfach gebartscht hier genau das hier war eine gute eine richtig gute Aufstellung finde ich also hier wirklich den die Golems halt wirklich davor was mir halt bei den Riesen bei dem anderen Angriff halt ein bisschen komisch war halt die Magier zuerst und dann die Riesen macht ja nicht so viel Sinn deswegen hier und jetzt aber natürlich auch weil der King würde ja dem Golem mal richtig eine aufs Maul geben zumal hier eben auch der Bogieturm der Golem würde ja nicht so mega lange halten und hier seht ihr jetzt zack 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 hier der King wird jetzt richtig schön geröstet einwandfrei und jetzt genau Mauerbrecher zum richtigen Zeitpunkt da gewesen das war richtig geil YOLO Swag Swag auf jeden Fall vielleicht hättest du die Golems sogar noch beziehungsweise den Golem vom Splitten noch ja davor bewahren können wenn du den Heal ein bisschen früher gedroppt hättest aber wie gesagt das ist halt alles so Heulen auf hohem Niveau auf jeden Fall so jetzt muss die Pekka sich da guck mal wie krass das ist ich meine hier haben die Magier auch mitgeholfen auf dem Lager auf jeden Fall na das ist das wird nichts ich denke mal die wird vielleicht noch wenn es gut läuft den genau den der Minenwerfer hier noch weg aber die kommt nicht zu schnell an die Tesla ran das ist halt das Problem und dann ist da natürlich dann für Pekka dann auch schnell mal vorbei hier aber noch eine geile Kombo hier ist noch schön der Golly am Start und die Magier müssen das dann nicht aushalten das läuft natürlich schön Rage noch reingeballert richtig geil schön den Minenwerfer kurz vorher noch ausgeschaltet Golem kann sich noch teilen einwandfrei richtig richtig geiles Ding hast du auch ist auch das perfekte Zeichen für einen Rage der richtig gut noch eingesetzt wurde man hätte ja jetzt auch sagen können ach nee den Rage den nehme ich nicht mehr ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet wie viel da jetzt noch zu holen war aber das war richtig cool noch gemacht und das sehe ich ja eben auch bei meiner Queen dass ich mir sage hau doch lieber doch noch mal einen Rage raus so jetzt bin ich hier aber echt am abkotzen hier sollte ich dann eventuell noch mal ich gucke mal gerade wie lange ich mein Schild noch habe also beziehungsweise bis ich dann meine Zwangs-Dev habe fange ich jetzt noch mal an hier meine ach kommt Leute Kasern-Boost was soll's wir leben nur einmal und dann soll man das natürlich auch sehen so ich kann aber meine CB nicht füllen ich gucke mal ja 4k Dunkles kommen den hauen wir auch noch raus weil danach will ich natürlich logischerweise wieder alter du findest ein richtig oh alter den hätte ich natürlich auch gerne einen Champ den würde ich natürlich auch mal richtig schön eine vorplätten hier ist natürlich auch wichtig dann nur auf die dunklen Bohrer gehen da da wo haben wir noch einen Bohrer ich glaube sonst wärst du hier nicht rangegangen dann denke ich mal wirst du dir gesagt haben komm ich nehme das Dunkle mit und fertig alles andere halt wirklich ganz ganz wichtig die Prioritäten setzen ganz genau ich will halt das Dunkle das kriege ich hier halt mal richtig schön und dann muss das halt zuerst gehen und dann alles andere später wir haben noch einen King wir haben noch richtig gut Barge und dann ist das schick hier genau weggebarge hier und dann hier noch ich bin gespannt wo du einen King droppst na ja genau ok ah ok von da ok du hast noch ein Heal aber das wird sich nicht mehr lohnen ja weil dann hättest du nicht mehr so viel bekommen können um den Heal halt ja dass der sich gelohnt hätte sag ich mal so jetzt kommen die Heiler jetzt kann ich nämlich wieder angreifen ich will aber noch nicht angreifen weil ich die CB noch nicht habe hier muss ich auf jeden Fall nochmal reingehen aber erstmal liebe ich den Clan gehe dann erstmal wieder zu Keep Calm und hole mir meine Truppen und dann kann ich nämlich wieder schön einen Angriff machen aber das seht ihr beim nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen haut rein ciao ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank.